Und dann gucke ich so meinen Mann an und habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ja, das ist jetzt aber schlecht, weil ich möchte nicht den Namen einer anderen Frau. Mit welchem würdest du nicht hinfliegen? So? Der Lissandra. Ich hoffe, ich fliege mit Gackermin. Hello, hello. Auf geht's zum 3D-Ultraschall. Ich bin total aufgeregt. Mein Mann ist dabei. Wahrscheinlich wird es mir gleich kurz übel. Wegen der Fahrkünste. Soll ich lieber fahren? Nee. Den Humor meines Mannes haben übrigens im letzten Video ein paar nicht verstanden. Ist aber nicht schlimm, solange ich den verstehe und da ist alles gut. Das war gerade kein Deutsch. Egal, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wie gesagt, jetzt geht es gerade zum 3D-Ultraschall. Den hatte ich noch nie. 60 Euro kostet das jetzt bei uns, also ich soll das Bar dabei haben. War das gerade Deutsch? Ich soll das Bar dabei haben? Ja. Ja? Okay. Heute Morgen wurde mir nochmal Blut abgenommen, denn ich habe tatsächlich Schwangerschaftsdiabetes. Yay! Bei allem schreie ich im Moment hier. Ich hatte das noch nie. Vier Schwangerschaften, noch nie Schwangerschaftsdiabetes und jetzt habe ich es. Tada! Und ja, jetzt schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Danke übrigens für euer Feedback von den letzten Videos. Einmal die Morgenroutine aus dem Urlaub in Kroatien und dann hatte ich euch ja noch ein Follow Me Around gedreht. Und ja, ich mache jetzt mal Schluss, weil ich brauche jetzt gleich einen Eimer. Ich mache nur Spaß. Also, viel Spaß beim Video. Ich wollte es ja gar nicht mehr bei euch gemeldet, denn ich war nicht so gut drauf. Also, die Frauenärztin hat einen Fehler gemacht und ich habe mir das gestern alles ganz anders vorgestellt. Ja, außerdem hatte ich dann total viel zu tun und deshalb habe ich die Kamera lieber weggelassen. Ich habe jetzt schon einen Teil vom Haushalt gemacht. Soweit ready. Jetzt melde ich mich halt nochmal bei euch. Hier sind die Sachen, die ich in der Apotheke geholt habe, wegen der Schwangerschaftsdiabetes. So sieht das aus. Hier ist das Gerätchen drin. Das kann ich euch ja später dann nochmal zeigen. Dann war ich noch kurz bei dm, habe Zahnpasta gekauft und diese Teile hier für die Zahnzwischenräume, denn ich habe jetzt auf einmal Zahnfleischbluten. Ich muss jetzt lachen, weil ich habe gerade Nasenbluten gesagt und habe das jetzt wahrscheinlich gerade rausgeschnitten. So, jedenfalls die Zahnpflege ist ja in der Schwangerschaft auch nochmal besonders wichtig. So eh schon. Aber ja, also ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal ganz kurz dahin und erzähle euch ein bisschen was. Die Bella wartet auch schon, dass wir dann gleich rausgehen, ne? Der Haar ist ja fein. Und hier habe ich noch Kuna vom Urlaub und ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie ich mich heute Morgen soweit fertig gemacht habe, denn ich habe eine neue Pflegeserie von M. Asam. Asam Beauty kann man auch dazu sagen. Und ich setze mich jetzt mal eben dahin und erzähle euch ein bisschen was. Oh, wie süß. Hast du gut gemacht. Ja. So, da bin ich. Sorry, wegen dem Top. Aber ja, wie gesagt, Haushalt und so. Ich mache mich jetzt aber gleich dann weiter ready. Denn wir fahren nach Frankfurt. Aber davor wollte ich euch eben jetzt ganz kurz von meiner neuen Reihe erzählen. Von der Serie von Emma Asam. Ich wurde gefragt, ob ich das testen möchte. Und zwar nennt sich das Ganze Aqua Intense Reihe. Diese Pflegeserie, beziehungsweise Aqua Intense Rich. Die ist sehr, sehr, sehr geeignet für mich als Schwangere. Denn sie ist sehr pflegend, sehr reichhaltig, feuchtigkeitsspendend und parfümfrei. Sehr leicht auf der Haut, was natürlich super ist. Und sie beruhigt eben die Haut. Genau. Und deshalb habe ich zugesagt. Ich war sehr gespannt. Ich habe auch dieses hier jetzt mal getestet. Und zwar dieses Magic Finish. Das ist ja total gehypt im Moment. Das Packaging hat mich natürlich sehr angesprochen. Das sieht so aus. Schaut euch mal bitte diese Verpackung an, wie süß das aussieht. Mega, mega, mega. Und ich würde sagen, ich blende euch das jetzt mal ein, wie ich das am Morgen verwende, das Ganze. Und erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Ich habe nämlich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich Heidi15. Da könnt ihr 15% sparen. Ich würde sagen, ich verlinke euch das alles mal unten in der Infobox. Keine Sorge, ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Nur so viel dazu, dass ihr da Bescheid wisst. Ich blende euch das jetzt, wie gesagt, ein. Also für mich super interessant, wie gesagt, weil es eben jetzt ideal für die Schwangerschaft ist. Und los geht's mit den Einblendungen. Und zwar starte ich mit meinem Hyaluron-Reinigungs-Gel. Das trage ich mir auf das angefeuchtete Gesicht auf, in kreisenden Bewegungen. Was ich total klasse finde, ist, dass da kleine Perlen aus Jojoba-Wachs enthalten sind. Und die entfernen durch einen sanften Peeling-Effekt eben abgestorbene Hautzellen. Denn die lösen sich während des Reinigungsvorgangs nämlich auf und pflegen die Haut. Und was natürlich super ist, dass da Hyaluronsäure und Panthenol enthalten sind. Die spenden nämlich noch zusätzlich Feuchtigkeit. Und wie gesagt, das Ganze ist ja parfüllfrei. Anschließend verwende ich dann mein Hyaluron-Gesichtswasser. Und zwar, ja, tue ich da ein bisschen was auf dem Wattepad und gehe da über mein Gesicht. Morgens und abends mache ich das einfach, um das Gesicht nochmal gründlich zu reinigen. Das ist ganz, ganz sanft auf der Haut. Man kann das auch fürs Dekolleté verwenden. Und ja, das wäre jetzt so der nächste Schritt, den ich mache. Als nächstes verwende ich dann meine Supreme Hyaluron-Creme. Da finde ich das Packaging auch wieder richtig, richtig klasse. Das verwende ich auch morgens und abends. Einfach auf das gereinigte Gesicht. Wie gesagt, ihr habt es ja gerade gesehen. Und auf Hals und Dekolleté könnt ihr das Ganze auftragen. Ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und sehr leicht und beruhigt die Haut. Das ist ein ganz, ganz angenehmes Gefühl. Und im Anschluss verwende ich dann mein Serum. Und zwar, ja, trage ich da ganz normal ein paar Pumpstöße auf den Finger auf. Und klopfe das auch so ein bisschen in die Haut ein. Also ich warte natürlich jeweils zu jedem Schritt ein bisschen, ganz klar. Aber ihr seht es halt jetzt alles im Schnelldurchlauf. Aber wie gesagt, so ist jetzt eigentlich im Grunde der Ablauf. Alles ein bisschen komprimiert jetzt für euch. Ein bisschen... Der Max hat keine Hose angehabt, aber das habt ihr nett gesehen. Der Max hat eine schöne Boxershorte. So, läufst du auch im Schwimmbad rum, Max? Nee, da laufst du nackt rum. Ach so, im Schwimmbad läufst du nackt rum. Okay. Das sind meine Haare grün. Ja, dann komm hoch. Also im Anschluss creme ich mich dann ein mit diesem Body Balm hier aus der Hyaluron-Rich-Linie. Das ist eben nochmal zusätzlich mit wertvollen Ölen angereichert. Und das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, wie ich mich damit eincreme. Und das Ganze ist, wie gesagt, auch parfümfrei. Das ist eben die reichhaltigere Version der Aqua-Rich-Linie. Und im Anschluss verwende ich dann das Magic Finish Mousse. Und zwar ist es richtig cool, weil es ist ein 4-in-1-Produkt. Das heißt, ihr habt einen Primern, Concealer, Puder und Make-up in einem. Es gibt allerdings nur einen Farbton, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Denn es ist quasi so, dass es sich dem Hautton anpasst. Ihr könnt das Ganze mit den Fingern auftragen. Und dann habt ihr wirklich ein richtig, richtig schönes Ergebnis. Ja, soviel dazu. Und jetzt würde ich sagen, ziehe ich mich mal an. Soweit, mach noch ein bisschen was im Haushalt. Und dann geht es für uns nach Frankfurt. Gut, ich freue mich schon. Der Alessandro geht wieder zur Goethe-Straße, Autos fotografieren. Und ich wollte mal nach einem Kinderwagen schauen. Jawohl. Und das machen wir jetzt gemeinsam, würde ich sagen. Aber erst muss ich natürlich hier noch ein bisschen was wegräumen. Dazu wollte ich euch ja auch was sagen. Ich habe das tatsächlich heute Morgen auch zum ersten Mal verwendet. Aber ich habe mich da sowas von doof angestellt. Ich habe viermal den Finger gepikst, bis dann mal Blut kam. Ich habe das dann auch hier, kann man das verstellen, damit quasi der Einstich größer ist und dann das Blut kommt. Aber es kam als kein Blut raus. Das hat mich ein bisschen genervt. Hier sind diese Stäbchen, die kommen dann hier vorne rein, wo man dann das Blut so reinlaufen lassen muss. Boah, das hört sich eklig an. Jedenfalls nochmal ganz kurz zu dem Schwangerschaftsdiabetes, bevor ich mich jetzt hier fertig mache. Mein Gott, das Oberteil ist aber auch echt sehr unvorteilhaft. Jedenfalls habe ich mir das viel, viel schwieriger vorgestellt. Und ich war tatsächlich, ich bin ehrlich mit euch, ein bisschen geschockt, als diese Diagnose kam per Telefon. Und dann dachte ich mir schon so, ja toll, scheiße, was bedeutet das jetzt? Schwangerschaftsdiabetes, ist das jetzt so mit Kalorien zählen? Und ich habe echt keinen Plan gehabt, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Wie gesagt, ich habe ja vier Kinder schon bekommen und da hatte ich das eben noch nie. Und das hat, also da können mehrere Faktoren mit reinspielen, warum man das bekommen kann. Also das ist nicht altersabhängig. Ach, da ist der Max. Und da steht zum Beispiel, dass wenn man zu wenig Sport macht oder sich zu wenig bewegt, ja, und da habe ich zur Ärztin gesagt, ja super, ich renne hier zwölf Stunden rum, ja, wie so ein HB-Männchen. Daran kann es wohl nicht liegen. Und dann sagt sie, ja, es kann aber auch mit dem Stress zusammen liegen, zusammenhängen. Machen wir das gerade Deutsch? Ja, und ja, lauter so Sachen. Jedenfalls habe ich mich jetzt halt damit beschäftigt, muss ich ja auch und ich mache jetzt das Beste draus. Ich habe jetzt auch nicht rumgeheult oder so. Meine Güte, es ist nichts Schlimmes. Zu 99 Prozent ist es dann auch weg, sobald das Baby auf der Welt ist. Aber es nervt mich halt, weil ich mich jetzt damit beschäftigen muss und ich durchaus auch noch andere Sachen immer im Kopf habe. Könnt ihr euch vorstellen mit so vielen Kindern. Aber alles gut, alles kein Problem. Ich muss das halt noch ein bisschen üben, damit dann auch wirklich das Blut kommt. Und ja, das ganze Braffel räume ich jetzt wie gesagt weg und dann geht es für uns nach Frankfurt. Und da nehme ich euch wieder eine Runde mit. So machen wir es. Fertig angezogen. Man könnte meinen, ich hätte nur dieses Kleid, aber das ist mein Lieblingskleid. Aber ich glaube, ich muss mir was anderes anziehen, denn draußen ist es ziemlich warm. Ich wollte euch ja noch ganz kurz von dem Frauenarztbesuch von gestern erzählen mit dem 3D-Ultraschal. Ich war super aufgeregt und hatte mich schon total drauf gefreut. Wir haben übrigens 60 Euro selbst bezahlt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie viel das bei euch so kostet, falls ihr das habt machen lassen. Jedenfalls war es total schön, das Baby zu sehen, so in 3D. Sie hat immer 2D und dann 3D gemacht, um erstmal eben zu schauen, wie das Baby liegt. Es war wach und hat sich total viel bewegt, was das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber es war wie gesagt total schön. 16 Sequenzen hat sie quasi gefilmt und wollte die CD gerade fertig machen und bemerkte dann, dass der Name einer anderen Frau plus Geburtsdatum auf meiner CD war. Ja, und das hat sie dann so gesagt. Und dann gucke ich so meinen Mann an und habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ja, das ist jetzt aber schlecht, weil ich möchte nicht den Namen einer anderen Frau auf meiner CD haben. Also es war schon unser Baby. Und mein Mann, der meinte dann, naja, komm, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Muss mir auch gleich noch die Haare machen. Also nicht so drauf achten. Jedenfalls, wie gesagt, meinte mein Mann, das sei ja jetzt nicht so schlimm und nicht so dramatisch. Ich muss auch dazu sagen, dass er Zeitdruck hatte. Er musste ja wieder zur Arbeit. Und dann sage ich, naja, aber ganz ehrlich, also in 10 Jahren, wenn ich mir das anschaue, möchte ich doch nicht den Namen einer fremden Frau hier drauf haben. Ja, wo komme ich denn da hin? Außerdem hat es ja auch was mit Datenschutz zu tun. Ja, das geht gar nicht. Die Frauenärztin hatte dann gleich noch die Arzthelferin geholt, dass die da mal hilft. Hat dann aber auch gleich gesagt, also man kann den Namen nicht mehr ändern. Und für mich stand fest, dass ich das so nicht haben möchte. Also ich wurde auch nicht böse oder so. Ich habe nur gesagt, also so möchte ich das nicht haben. Und das hat sie dann natürlich auch gleich verstanden. Ich denke, das war auch in ihrem Interesse, dass sie das ändert. Sie hat es ja nicht extra gemacht. Wir sind ja keine Maschinen. Fehler passieren. Wir haben alle drei auf diesem Bildschirm gestarrt die ganze Zeit. Und uns ist es nicht aufgefallen, dass da eben ein anderer Name stand. So. Und mein Mann war dann leicht genervt, weil er ja los musste. Und ich das Ganze aber nochmal wiederholen wollte. Und die Frauenärztin ja auch. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wie ihr reagiert hättet. Also hättet ihr da auch nochmal drauf bestanden, dass ihr eine neue CD bekommt mit dem richtigen Namen. Und ja, sie musste dann halt auch die Aufnahmen wiederholen, was ja Zeit in Anspruch genommen hat. Und das Baby hat sich dann leider so sehr bewegt, dass die Aufnahmen nicht mehr so schön waren wie die ersten. Ja, naja. Jedenfalls wollte ich mal fragen, wie ihr reagiert hättet. Das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe dann gleich die Mädels in die Gruppe gefragt. Also meine Mädels. Und die haben auch gesagt, nee, das geht gar nicht. Also ja, wie gesagt. Aber ich war überhaupt nicht böse auf die Frauenärztin. Überhaupt nicht. Denn Fehler passieren. Alles kein Thema. Ja. Und jetzt geht es aber wirklich los. Ich mache mir noch meine Haare. Aber ich glaube, das wird heute ein langes Video. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Also gut. Auf geht's nach Frankfurt. Yay. Ich freue mich schon voll. Ich habe heute das schöne Kinderzimmer entdeckt. Schaut mal. Das ist von der Firma Kidsmill. Oh mein Gott, ist das schön. Wird auch voll gut passen, ne? Bei uns mit dem Parkettboden. Die haben auch voll die süße Decke. Und welcher steht denn hier? Ich weiß nicht. Beide schön. Okay. Richtig süß. Das Schätzchen hier gefällt mir total gut. Der Schrank gefällt mir auch gut. Auch süß, diese Teile, ne? Diese Aufbewahrungsteile. Aber 40 Euro. Ist natürlich auch ein Wort, ne? Aber richtig schön. Das ist die Wickelkommode dazu. Süß, ne? Ja. Da fotografiert er. Ja. Und hast du coole Autos fotografiert? Ja. Hast du was in die Linse gekriegt, ja? Ja. Okay, ich muss jetzt was essen, Leute. Ich hab so Hunger und sterb. So, da haben wir jetzt Gucci, Louis Vuitton, Prada, Chanel. Und hier ist alles, was Rang und Namen hat. Also gehören wir hier nicht dazu. Und hier kommt das nächste fette Auto und der letzten fotografiert. Da ist er. Der fotografiert. So, jetzt seht ihr auch mal den Lucky heute im Video. Also, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir sind bei Subway, wie man hier sehen kann. Ja, total ungesund. Ist nicht schlimm. Darf auch mal sein. Ich würde sagen, ich beende jetzt mal an dieser Stelle das Video. Wir laufen jetzt hier noch in Frankfurt rum und gehen ein bisschen shoppen. Ist gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich glaube, das Video ist nämlich jetzt schon recht lang geworden. Und ja, die Entscheidung, was Kinderzimmer und Kinderwagen betrifft, ist halt relativ schwer. Denn es gibt halt unglaublich viel Auswahl. Und ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und nehme euch da auf jeden Fall mit auf diese Reise. Ihr wollt es ja unbedingt sehen. Und ich mache jetzt noch Schluss, denn die Leute probieren. Okay, wir lassen es uns schmecken. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Okay, mein Mann hat auch noch was Gesundes gekauft bei Tegut. Nüsse und Obst. Und das war sehr lecker. Also jetzt aber wirklich Tschüss.